Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns das neue Live-Event an. Geht in zwei Minuten los. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da draußen in der Wildnis so abgehen wird. Ihr wisst ja, Freunde, die ganzen Luken hier. Also es gibt fünf Luken um die Agency, die haben sich geöffnet. Davor waren die nur so komisch am sprudeln. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da draußen in der Wildnis so abgeht. Es gibt immer mal wieder komische Sound-Effekte, wie ihr gerade hören könnt. Keine Ahnung, was da draußen in der Wildnis jetzt abgehen wird. Ich bin auch gespannt, was es genau für ein Event sein wird. Ich hoffe, dass Epic Games sich da was Cooles ausgedacht hat. Ich würde sagen, Freunde, wir lassen uns einfach mal überraschen. Und damit würde ich sagen, let's go. Alles klar, Freunde? Weniger als fünf Sekunden. Bin gespannt, was hier passiert. No joke. Also, ich hoffe, es wird geil. Wir haben so lange drauf gewartet. Lass uns nicht enttäuschen. Okay, es geht los. Hallo? Hallo? Einfach nichts los, oder was? Wir reden doch, Bro. Achso, ja, was weiß ich. Ich habe es nicht gehört. Wo geht es denn hier los? Ich glaube, da unten wo zugebaut ist. Ähm... Ich habe keine Ahnung, Mann. Was geht ab, Mann? Hier kommt irgendwelche epische Musik. Oh, oh. Bro, 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 bro. Da kommen Dinge raus. Oh, shit. What the fuck? Rakete? Oder was? Ja. Ah, nee. Nee, 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 nee. Oh, nein, nein, nein. So, Ding. Ja, mein Rakete. Ja, Digga. Ey, Bro. Es sah so aus, okay? Bro, ich habe am Anfang auch gedacht. Alles gut. Okay, okay, okay. Oh, shit, Mann. Oha, guck mal, wie viele Leute da hinten zuschauen. Also, deine Theorie stimmt schon mal nicht. Hey, 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 hey. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn alle sich aktiviert haben. Nur noch hier. Das ist das Letzte, gell? Ja. Ja. Okay. Ähm. Um uns ist so eine Hülle oder so. Da ist so Stromschläge immer wieder. In der Luft ist auch nichts. Oh, oh. Was passiert hier? Ey, Bro, was geht da unten ab? Ähm. What the fuck? Ähm, hallo? Ähm, hallo? Bro? Oha, was ist das für XP-Münze? Was ist da unten los? Hallo, ich sehe nichts. Bro, warum ist das kaputt? Ey, ich sehe nichts wegen Rauch. Oh. Holy shit, Digga. Ich habe es mir ganz klein vorgestellt. Was ist das? Digga, was ist das für XP-Münze dort? Holy shit. Was willst du mit deiner XP-Münze? Mann, guck mal, wie groß die ist. Warte. Bei mir ist da keine. Verpackt oder so. Okay, Digga. Pst, jetzt. Wir gucken, was abgeht. Oh shit. Oben ist Kabumm. Spring, 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 spring. Achso. Wow. Wow. Shit, Digga. Was geht da ab, Mann? Bro. Ich glaube, das sieht nicht legend aus. Oh, oh. Holy shit. Holy macaroni. Digga. Die aktivieren sich einfach. Digga, ich will nicht so weit hochfliegen. Ich sehe nichts. Wow. Sturm wird attackiert. Oh, oh. Wow. Einfach Sturm weg, Digga. Ehren mal, danke. Dankeschön, Bruder. Können wir wieder zurück. What the fuck, Mann? What the fuck, Bro? Das sieht nicht so legend aus, Mann. Ähm. Hallo? Wo lag? COD oder was? Oder was ist das jetzt? Hä? Wo bin ich? Hallo? What the fuck? Bro, hier ist irgendein PC. Mit Kugel. Kann ich hier raus? What the fuck? Wo war ich? Ich glaube nicht, dass es richtig war. Okay, Digga. Der Sturm ist in Afrika. Das sieht nicht so stabil aus. Oh, oh. Oh, oh. Die Maschine funktioniert nicht mehr richtig. Ja, Digga, ist kaputt. Guck mal, Digga, die bauen so lang. Die Maschine ist einfach kaputt. Oh, nein. Wir sind im Sturm. Oh, ja. Tatsache. Aha. Oh, das ist wieder da. Wow. Sturm geht wieder weg. Was soll denn das? Entschädet euch mal. Wow. Digga. Oh, wow. Ähm. Was schläft? Ähm. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen Ich stehe da drauf Hilfe, ich kann mich nicht bewegen Tschüss Nein, ich will nicht, tschüss Oh, extreme Wow Wow Das ist Jonesy, ein bisschen chill Oha, Bro, Tsunami Bro, Tsunami Ist dir die Death Digga, ich will hier raus Lauft What the fuck Guck mal, da ist ein Shark Da ist ein Hai, Digga, riesengroß Holy shit, Digga Da oben ist die Acht Wo? Oha, ein bisschen chillen Holy shit, Digga, was hier passiert Hey Hey Oh Let's get up, Bro Ehre, Mann What the fuck Digga, was ist denn hier los Ähm Bro, what the fuck Ähm Das ist aber Ein bisschen mehr Wasser Als wir gedacht haben Ähm Ja Also Bisschen chillen Würde ich sagen Okay Ähm Okay, Digga Also Die Agency Der geht's nicht gut, Mann Die ist komplett kaputt Unten ist nichts mehr Holy Macaroni, Digga Einfach so Tsunami Oder Bro Man kann das ja noch nicht mal Tsunami nennen Das ist Noch krasser Okay Ich geh mal zum Ausgang Vielleicht geht's Also vielleicht kann man in das Wasser da Kannst du In das Wasser Ja Ist der neue Sturm, Bro Oha Oh Digga Ich guck mir die Map an Kommt so ein scheiß Tag Okay Oh, ich fimmel zu What the fuck Was sind das für Geräusche, Mann Wow Du kannst ja da schwimmen Und so Oh, aber wie langsam du bist Ja, Mann Das ist nicht so lecker Interessant Interessant Also, Digga Das ist nicht das Was ich erwartet hab Holy Shit Ja, Freunde Das Das war's dann wohl Mit der Reaction Also ihr seht Das ist doch anders gekommen Als wir dachten Ähm Ihr habt Jonesy gehört Er meint Die wissen nicht Wie lange es aufzuhalten ist Vielleicht, Freunde Also ich denke mal Safe Mit dem Start der neuen Season Wird es auf jeden Fall Wird es auf jeden Fall Irgendwie hier so einstürzen Das werden wir am Donnerstag sehen Freunde Das ist wieder ein Video gewesen Sein Eure Meinung gerne Und in die Kommentare Lasst mich wissen Wie ihr darüber denkt Ich bin verblüfft Holy Macaroni Wir hören uns im nächsten Video Halt ein guter Video Für euch auf Raps und Ciao Bis zum nächsten Mal.